Hi. Ubiquitous. 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 Hi. Can I switch to the next question? Das ist eine super Frage. Die Energiewende ist keine Aufgabe für Einzelkämpfer. Bei Uwe Tricity arbeiten Strategen, Enthusiasten, Pragmatiker. Also Leute wie du und ich. We have a lot of inspirational women at Uwe Tricity who are for me really role models and I can learn a lot from them and they accept me as a person who I am. Wir sind alles ÜberzeugungstäterInnen, die vor allem jetzt aus dieser PowerPoint-Phase raus wollen und den Impact zu schaffen in den Städten. Es ist eine unglaublich coole Crew, die immer wieder mit viel Engagement und viel eigener Motivation einfach da anpackt, wo man anpacken muss. Eine Mischung aus Start-up, aber auch Grown-up. Bei Uwe kannst du als junger Mensch, aber auch als erfahrene Person deine Ideen einbringen, umsetzen, implementieren. Ich bin ja erst seit 4-5 Monaten dabei bei Uwe. Fühlt sich so an, als wenn ich schon lange, lange dabei bin. Voll integriert, das ist super. Bei unseren Chefs steht tatsächlich immer die Tür offen. Wir sind mehr als 18 Nationen an den Standorten Berlin, London und Paris. Ein bunter Mix von Kulturen, die gemeinsam eine Aufgabe haben, und zwar Zukunft zu schreiben. Wir arbeiten dann mit an der, so ein bisschen Revolution, dass die Elektroautos nach vorne kommen mit unserer Ladestation. Wir gestalten bei Uwe electricity nicht nur die Ladeinfrastruktur, sondern auch unsere Freizeit. Das heißt, wir gehen zusammen bouldern, wir spielen Tischtennis, wir sitzen im Sommer draußen im Park und gehen auch einfach nur mal in den Bier trinken. We always have our four-legged friends around. We can play with them. Wir suchen Leute, die Lust haben auf ein spannendes Produkt, die Prozesse mitgestalten wollen und für einen nachhaltigen Job brennen. Wir haben jetzt das Kapital, wir haben die Technologie und können uns umsetzen. Uwe electricity, das sind wir. Genial. Heel Hamas. Los. Futura. Gebke. Kreativ. Alemé. Jövőbetekintő. Inspirador. Wie betrösset ihr es, Benne? Smutig. Martin. Très ambitieux. Seine Zeit voraus.